4. Lausanne Torgon 4. Lausanne Torgon Das geht los! Die Etappe wurde ein bisschen kürzer als geplant. Wie ändert man dann seinen Plan für den Tag? Es wird wahrscheinlich intensiver gefahren, denke ich sicher. Und der Berg am Schluss wird noch entscheidender als er ohnehin schon gewesen wäre, denke ich. Du bist jetzt seit Anfang der Woche mit dem Team von Swisscycling. Wie läuft es mit den anderen Jungs? Es läuft super. Wir sind ein tolles Team. Einen guten Spirit haben wir da. Es macht wirklich Spass so. Die Etappe wird von 14.35 Uhr von Lussan, genau. Die Etappe wird nicht mehr als geplant. Sie sind auf alle Echelungen. Mit zwei Schweren in den Echappen. Ein Schweren mit der besten Angelegenheit. Und der Yael ist der Schweren. Der Zechner ist der Schlacht. Der Vogel Eine Entschrift. Der Schlacht muss seinen Knopf nehmen. Die Etappe wird nicht mehr als helflesschlaft. Der Schlacht mit dem Mann zu Hause der Schlacht. BliBlaBlo. Multimedia. Multiplaisir.